Was geht ab Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video seht ihr jetzt gleich den Gameplay Trailer zu dem neuen Modus Outbreak, auf Deutsch Ausbruch, welcher am 25. Februar, sprich Donnerstag, für alle Konsolen, alle Plattformen kostenlos veröffentlicht wird. Ich finde den Trailer an sich ziemlich cool, es gibt ein paar Sachen, die neu sind, die wir so noch nicht kennen, aber ich denke, da werde ich eine separate Trailer-Analyse dazu machen, ich denke, das sollte ich zeitlich hinbekommen. Ansonsten sehen wir uns spätestens Donnerstag bzw. Freitag zu neuem Gameplay, zu neuen Modus. Bis dahin, viel Spaß mit dem Trailer, euer Grand Warlord, ciao! Run! Ich losz�inde. Let's do this. Who else do you want, son? G4 going up. HPC eliminated. I got your back. Strike team, get to the rover and proceed with escort. Time to go. Stay with the rover and scan for stable dimensional entry point. That never gets over. He should be fine. Recover the Aetherium and load it into the extraction rocket. You fucked with the wrong girl. We haven't fought yet. Raptor 1, strike team ready for evac. Against the following sequence. There's absolutely nothing to do. This is the end of the hour.